So, weiter geht's mit Deskorn. Müssen Reaver befreien. Skizzle, du lässt ihn gehen. Natürlich funktioniert das hier nicht. Ja. Oh, so viel Zeit muss sein. Wenn wir erstmal runter sneak. Mein Gott. Shit. Aber ihr seid jetzt schon mal wieder vorhanden! Dich ist mir nicht einfach rein und ich habe ja Konstantin Und hier hab ich mich einfach gezwungen! Ich hab ihn aber nicht Centre gemacht! Und hier hab ich ja noch nie gemacht! Aber ihr habt ja auch wirklich Zeit, wo ihr da seid? Ichicosche! Wir haben auch ein paar Wettbewerken und ihr habt ja auch einen Wettbewerb! Ich muss sterben. Okay. Vielleicht vorher schon mal ein bisschen was craften. Ich kann mir vorstellen, dass Flashbangs nicht schlecht sind. Ich bin ein bisschen übertrieben. Hätte ich es gewusst, hätte ich andere Waffen dabei. Ich bin ein bisschen ausgedrückt. Oh, klingt gut. Träb슬 wäre sie gewesen. Also, ist er. Tief. Es geht nicht mehr. Oh heißt es, ich mache es. Ich habe es gesehen, dass ich es nicht mehr auf dem Armst. Okay, ich mach mal ein bisschen weg. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. du seid hier Jetzt ist Skizzo dran. Ich mach immer die Fäusten fertig, ich kann ja eh nix gelappen. So viel verballert, besser ist das, zumindest so ein bisschen. Soll ich die Fäusten? Ich werde dich mit meinen Beerenhänden töten. Du hast das? Oh, okay. Mein Gott, ist das dumm gemacht. Oder ich bin dumm gemacht, vielleicht auch. Ich werde dich mit meinen Beerenhänden töten. Du hast das? Verdammt! Er hat uns. Ich werde dich mit meinen Beerenhänden töten. Duh, 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 duh. Ah, ja. Oh. Oh. Es war ein Zeitpunkt, als ich, äh, ...dringt dich aus dem Schein. Und ich würde dich zu den Freakern verlassen. Aber hey, 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 hey. Ich werde das nicht tun. Willst du wissen, warum? Ich glaube, sie würden dich schlafen aus dem Schein. Aber du wißt du was? Sie würden das nicht genießen. Das ist so. Auch ein Freak. Aber es ist da drin. Wir sind sicher in hier. Nichts kann uns touchen. Finale. Gott hat diesen Ort geordert. Das ist der Konzert. Wir sind sicher in diesem Ort. Wir sind sicher in diesem Ort. Ich weiß nicht, wann oder warum. Aber ich, äh... Ich sah etwas. Ein Monat, vielleicht. Ich... Ich fühle mich etwas. etwas, was ich noch nicht fühle. in einem langen Zeit. Und, ähm... Und ich weiß, dass viele von euch vielleicht... vielleicht den gleichen Weg haben. Und ich... Ich denke, dass, wenn wir... ... können... Deacon? Ich werde deine Seite haben. Ich werde dir jetzt ernsthaft so dumm reingelaufen. Hm. Ja. Ja, ich bin ... Lass ihn jetzt nicht weg. Das ist voll und quase rechtzeitig. Deine militia ist schade. Du möchtest einen Tear? Ich bin sicher, dass Du... Sarah, du kannst den Drifter eine Tear um einen Tear um einer Tear? Die fürgiftete Teile. Oh, das ist ein bisschen pessimistisch, der Gute. Immer natürlich stark. Jetzt trinken wir einen Tee. Überall. Okay, okay. Hey, uh, could you set up a triage tent over there? Hey. Hey, there's the cave entrance over there. You'll find supplies and bags. Just get some men. Go. You, you. Let's go. Ricky. Patty. I can help. I'm a doctor. It's over. Everyone that wasn't killed or wounded by the blast pretty much just gave up. Somebody give me some water. Where is Boozer? Moving. Ricky, I need some help over here. The north gate. The south gate. Move. Ricky. Yeah. Hey, Boozer lebt bestimmt noch. Der ist auch runtergesprungen am Ende. What? 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 What do you need help with? Hey. Ah, nice. Hope you save something for me. Boozer. Sorry, I'm late. No. Yeah. No, no, no. I jumped. No, what the fuck you were. Just before I ran out of bridge. I saw the truck. Yeah, no, no, no. I felt the blast wave. Even under 10 feet of water. Now that was a ride. What did you do? What? You didn't think I'd blow myself up, did you? Then who'd be around to bust your balls? I would. Hey. Oh. Hey. Little sister. Yeah, yeah. Long story. So, um. I knew someone's been looking for you. What? Kinda wouldn't shut up about it. We don't listen to him. It was really more his idea. Ricky! Eddie! Which one is driving me out of this shit hole? Diese coolen Typen. It's all yours, brother. So I hear that you're staying on to rebuild. Not all the Colonel's ideas were bad. Just a batshit crazy one. You have a second person to tell me that. Who else? Corey? You know what? Fuck that dude. He left us here to rot. If it wasn't for him, we'd all be dead. Whatever man. And I think we'll try this again without all the army man bullshit. Hey. You didn't miss my speech. Nah, I wouldn't say I'm gonna miss it. Weevers cool. So he's in a p3 player at the start. Brother. We did it. You did it. Ah man, you know, I got it with a... Hey man, for a second there. I thought that you were gonna blow myself up? I told you I got shit to do. I told you I got shit to do. I can't believe I made it out of there. Ah. Give him hell, brother. Yeah, here goes. Jack would be proud. You don't know Jack. We did it. We did it. Come here. Eddie. See? Good things happen when you stop and light a candle. Well, this is sort of more bonfire, but... Okay. Yeah. I've never seen you give a speech before. Oh, come on. It ain't gonna be a speech. Okay. Ma'am. Shit. That's enough of that. Uh, what does it mean that they're all getting quiet? Oh, yeah. They're waiting for you. God. That's your cue. Son of a... I know we got a lot of rebuilding to do, so I'm gonna keep this short. Look, I'm not a leader. Yeah, right. I don't care what you say. I'm not. But, um... You've done something here today. We've done something. We banded together to fight. Uh, not because some asshole told us to, but because it was the right thing to do. And you know what? We won. Yeah, I've seen you struggle. To rebuild. I've seen you fight to save lives. To keep people safe, keep people fed. I've seen you sacrifice everything that you have, everything that you are, to make the world a better place. And see, that's why we're still here. That's why we're still here. Because if we don't have hope for a better life, or for a future that matters, how are we fighting for? Yeah! Yeah! You know, Iron Mike, he, uh... He once said to me that... that we make the world what it is by what we do. Huh? What did we do? Huh? What are we going to do? See this? This is the first step. This is the first step. I thought you weren't going to give a speech. Yeah, I screwed up. How was it? You know, it's... It was alright. Before an outlaw biker. Outlaw biker, huh? Are you ready to ride? Old lady? I don't know, depends. Where are we going? Whatever the hell we want. Freiheit! Ha! So. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben nicht die Welt befreit von den Zombies, aber... immerhin Sarah. Von... dem Colonel und dem Elite. Und jetzt können wir mit unseren Buddies ein bisschen rumcruisen. Ich will kurz warten, ob irgendwas passiert, aber ich glaube... da kommt nichts mehr. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und mal sehen, was ich als nächstes zocke. Das nächste Let's Play steht schon fast bereit. Auf jeden Fall länger gedauert als geplant hier, aber... insgesamt ganz cool. Also Leute, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.